ARD Text im Auftrag von Funk Das Wasser können wir nicht trinken, weil wir sonst sterben. Das ist das Stimmt. Nur auf der Suche. Ähm. Warte mal, wie ging das bei mir nochmal? Ah. Vielleicht ein bisschen weiter hier rüber. Hier warte. Steh ich mal hier hin? Jawohl, sehr schön. Da da. That was wonderful. Hier. Ähm. Oh Gott. Aua. Au. 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 Die Dinger hier. Nein. Ah. Jawohl. Was tut da? Ich heiße meine Papierflieger. Ja. Ich dachte da echt was anderes neben dem nächsten Mal. Ja, wie geht das jetzt? Kann ich dich irgendwie festhalten, wenn ich dann... Haha. Oh, okay. Hab's so gut. Ich bin schon längst weg. Ah. Explodiert. Well. Hallo. Hallo. Nein, 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 nein. Nein. Ah. Unzuck. Ey Gott. Okay, wo wolltest du hin? Ich bin da rüber. Ah. Okay. Da ist los. Coola. Yeah, sehr schön. Oh mein Gott, schnell! Nimm mich mit! Muss ich auf diese scheiß Kisten wieder warten. Aha. Komm schon! Ich rette dich! Hoosera. Wir haben einen neuen Gegenstand im Inventar. Super, danke Steve, für diesen Hinweis. Das ist sehr aufschlussreich, Steve. Mhm. So, kannst du kommen. Ich hab alles hier, ne? Ich hab alles hier, ne? Eins. Zwei. Drei. Und du werf da hinten. Aha. Ach. So. Warten. Oh ja, da bin ich ja schon mal. Genau. Hier gehen wir. Eine Kugel. Eine Kugel. Die Kugel. Ich wollte lachen. Aaaaah. Hier. Ich mag das Mädchen. Genau. Waren wir noch was vergessen? Eigentlich nicht. Wir haben alles. Aaaaah. Hussaaa. Wasa! Wasabi! Wasabi? Ja, Wasabi. Voll ekelhaft. Gibt schlimmeres. Wir haben einen Diamanten irgendwo übersehen. Wir haben einen vergessen. Wir haben einen vergessen. Wo soll er denn gewesen sein? Wir haben einen vergessen? Es ist deine Schuld. Ja. Immer. Alles ist meine Schuld. Ich geb's du. Ach ja. Stimmt was hieß es. Ich will das auch mal machen. Wuuuuh. Ich will das auch mal machen. Ich geh irgendwo durch hier. Wopalla. Hm. Ok. Kurz die Lage checken. Muss nicht absaufen. Scheiße. Yeah. Hallo. Hahaha. Das war doch ein Künststück hier. Was ist das? Komm ich werf dich. Juhu. Ich glaub du musst auf die... Hohlen da oben drauf. Ja. Da da. Bitte seh... Oh, tschau. Ah, tschau. Gut, ähm. Wir nehmen das ganz einfach nochmal. Was, dass du nicht, dass du nicht hier wirst. Ja, sowas. Vor allem. Toll. Ähm. Ja. Oh, tschau. Oh, tschau. Oh, tschau. Warum schlägt er erstmal? Nein, 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 nein. Ja, oh, my god. Ähm. Ja. Oho, tschau. Haus Anzeige. Wien! Ich bin lebt! Was? Einfach nur so ein kleines Baby was einen Schnuller will. W denoteā. Wuszusang? Nee, guck mal. Pädobaum. 1, 2, 3 und... HUSA! Ich bin jetzt beim das einzige Wasser noch da unten reingefallen, was es da überhaupt gibt. Wow, Granate! Nein, 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 nein! Ich bin auf der anderen Seite abgesoffen. Hier. Nein, nein, nein! Wow, Double-G. Nicht absaufen. Ah! Jetzt geh doch mal mit, Junge! Dankeschön. Nö, geh du doch mit! Warte, komm, ich werf dich da rüber! Wolle! Komm hoch! Ey, der! Runter von mir! Geh weg! Runter von dir, so so. Ähm... Ich komme! Warte! Ah, ich glaube, ich weiß, wo vieles geht. Genau. Haha! Juhu! HUSA! Papier! Genau, ich glaube! Ich warte dann hier, ne? Bis ich wieder komme, genau. Ich kriege mir noch einen Tee, esse mir noch einen Bagel und dann komme ich. Hm. Okay, guten Appetit und so. Ein Pizza-Bagel-Burfe. Boah, guck mal hier wieder! Awesome! Yeah! Oh Gott! Ich- Jeh- Meine Kugel! Jetzt kann ich mich nicht geholt. Mönchchen! Mönchchen! Hä? Warum? Ah! Geht doch! Wuhu! Klatsch! Ich dachte, ich schaffte es noch wegzufahren! Genau! Und ich fahre richtig schön ins Wasser! Und schon wieder sage ich wäre Kameradenschwein! Ich renne! Ich schaff das! Ich bin Forrest Gump! Hallo! Jetzt geh doch weiter weg! Dann benutzt ich hier mein Sprungbrett. Soll ich mehr flach? Ah! Um zu blöd da hochzukommen, ist das eh kein Problem! Stopp! Ah! So jetzt mach ich, will ich da auf die andere Seite werfen lassen! Achso! Wuhu! Crystal Mess! Wie der erst mal gelacht hat! Der lacht genauso wie der aussieht! Uhuhuhuhu! Ohja! 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 Ich geh auch von der Tränke wieder hoch! Ja! Hauptsache ich schieb, weil... Du hast bestimmt liegen da drin! Natürlich immer noch! So langsam in der Nase... Entschuldigung! Oh, ist so... Jetzt ein Haar! Äh! Ich bin auch da hoch! Nein! Ah! Ah! Was? Ah! Das war jetzt aber die Kugel! Schopf's nicht doch! Das war die Kugel! Das war die Kugel! Echt? Jetzt geh doch weg! Das müssen wir überhaupt machen! So! Kopf runter! Was passiert? Feuer frei! Ist uns jetzt was gebracht? Ah! Ist das Vieh weg? Oh, achso! Ich hab Wolle! 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 Und damit Brot! Glatsch! Wenn du eine Katze nehmen soll und keinen Panda! Wolle! 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 Wahnsinn! Guck! Wolle! Wolle! Wenn du diesen Tag wieder weg hast! Oh Gott! Wir sind gerade zu gut! Wir werden hinterher noch das Cheatens gesetzt! Ja! Irgendwann kommen dann wieder ein paar Level, wo wir uns einfach nur denken... Scheiße! Jetzt! 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 Wolle! Ja! Ich bin jetzt ein Panda-Tagli! Die Fussel, ich will jetzt shoppen. 91 Steinchen. Ah, Gatschapon, Gatschapon! Oh, was ist das denn? Ich habe einen Alien. Was? Einen Gefangenen befreit? Ja, das ist wunderschön. Ja, das hatten wir doch schonmal. So, jetzt wegmachen? Ich habe wieder eine Oma. Einen Piraten. Einen Oma? Einen Pirate. Das ist ja auch geil. Ich habe einen Einäugigen. Der ist Kürchen in den Blinden. Ich habe ein... Alter! Ich habe einen Künstler. Oh, eine Franzose! Ich habe einen Haar lassen. Warte.